Im Norden der Isle of Sky, etwa 10 Kilometer oberhalb der Hauptstadt Portree, erstreckt sich ein bizarrer Gebirgszug, genannt The Store. Gletscher aus der Eiszeit formten seine steilen Felszacken, die am höchsten Punkt bis fast 720 Meter Höhe aufragen. The Store ist zu Fuß gut zu erreichen. Nur etwa eine Dreiviertelstunde braucht der Besucher für den Aufstieg, festes Schuhwerk vorausgesetzt. Die Felswand oben heißt The Sanctuary, die Zuflucht. Nach Geborgenheit sieht es hier allerdings gar nicht aus. Eine echte Berühmtheit trifft man am Ende des Felszuges. Hier steht der Old Man of Store, eine Felsnadel von fast 50 Metern Höhe. Noch imposanter wirkt er von der anderen Seite, wenn man im Hintergrund das Loch Leh Henn und die Landschaft Skies sieht. Hier oben hat man einen wunderschönen Rundblick. Für geübte Spaziergänger ist das Store und der Old Man gut zu erreichen. Für den Aufstieg wird man durch eine grandiose Aussicht belohnt.